Ja, es geht weiter. Warum meinst du? Du bist bald weg. Wo soll ich sein? Ja, streamen wir halt auf YouTube. Man kennt ihn. Digga, Sergeant. Ich erkenne deinen Namen einfach nicht. Ich erkenne deinen Namen einfach nicht, weil er blau ist. Sgt. Taylor. Ray Shadow Legends Space. Goldtreffer. Ich habe irgendwie auch... Irgendwie bin ich so... Ich sollte mal was anderes zocken und trotzdem mal nebenbei Shiny Glumanda handen. Aber ich habe voll Bock, zum Beispiel jetzt auch eine Session Mario Kart. Willst du das meinen? Ich habe voll Bock, jetzt Mario Kart gerade zu zocken. Aber irgendwie ist da was in meinem Kopf. Ich kann es mir nicht erklären. Aber irgendwas ist da. Und es sagt mir... Mach weiter. Bring es hinter dir. Hol dir Shiny Glumanda. Reiß ihm die Flügel raus, wenn er zu Glurak wird. Tu es. Tu es. Ich stehe auf. Tu es. Irgendwo im Mittagkopf. Es ist ganz dolle. Es nagt an mir. Tu es. Versteht ihr es? Ich habe Bock, was anderes zu zocken, aber irgendwie sagt etwas... Nein. Mach weiter. Diagnose nicht süchtig. Ja, ich bin voll süchtig. Das macht so viel Spaß. Juhu. Ich habe noch nie so viel Freude. Hahaha. Shiny Hand ist so eine Freude. Das macht voll süchtig und mega viel Spaß. Bist du sicher mit der 1 zu 512 Wahrscheinlichkeit? 100 Prozent. Warum? Würdest du mir das sagen? Wo? Ich meine, einfach 1.000. 2.000 vor, Leute. Seit 2011. Und dann hast du nur ein pinkes Geschenk und kein lilanes? Oh mein... Ich bleib cool. Ich bleib cool. Ich bleib cool. Ich bleib cool. Ich habe damit gerechnet. Es war alles geplant. Ich bin durch. Jeder, der nicht dabei war, ist einfach ein völliger Vollversager. Und ich habe es einfach gecallt. Und ich bin einfach ein geiler Typ. Und nach 25 Stunden ist auch einfach Shiny Glomana da, nachdem ich 12 Minuten gestreamt habe. Hm. Der Stream kann auch mal 12 Minuten gehen. Und dann mache ich ihn einfach aus, weil ich einfach ein geiler Typ bin. Ja. So läuft das. Na, du kleiner Drecks. Na, du... Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich hasse ihn. Ich habe ihn. Sensationell. Sechs Werte. Sensationell. Er ist schon maximal gepimpt. 12 Minuten Stream. 12 Minuten. Ich habe gesagt, bleib cool. Und ich bin cool geblieben. Bis zum Ende. Bis zum Ende. Ich bin cool geblieben. Man muss auch einfach mal geduldig sein. Und da ist er. Da ist er. Zweite Ladung. Mir geht es gut. Ich bin immer cool geblieben. Ich bin immer cool geblieben. Du Arsch. Du Arsch. Oh Gott. Was ein Arsch ist. Wie er auf sich warten lassen hat. 25,5 Stunden. Du dumme, dumme, hässliche Drecksau. Du hässliche, du. Oh Gott. Hier bleibst du jetzt. Chat, we did it. Und keiner war dabei. Der Stream ist gerade angegangen. Es war einfach keiner dabei. Ich brühe noch die restlichen Eier aus. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Wer war dabei? Wer war dabei? Ich will wissen, wer dabei war, Alter. Diese Loser, die nicht dabei waren. Und schon seit drei Tagen. Jeden Tag sich quälen. Und sagen, oh, hat der immer noch keins. Und jetzt waren sie nicht da. Weil der Stream gerade mal zwölf Minuten ging. Dieses Drecksviech. Dieses Drecksviech. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es gecallt. Ich habe es gecallt. Ich werde ihn holen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Titel ändern. Ich habe Scheiß. Shiny. Ausrufezeichen. Gloomander. So, den Clip nennst du dann Ausrufezeichen Gloomander. Ich brühe noch die Eier aus, damit sie weg sind. Und dann werfe ich sie alle in den Schredder. Wir sind durch. Das war der letzte Shiny-Hand. Ich habe keinen Bock mehr. Ich hätte eigentlich gerne noch Trombok gemacht, aber dafür hat Gloomander mein Arzt. Sorry. Das sagt man nicht. Wieder ist ja immer noch da, das Pikachu. Entwickle ihn. Ich habe keine Raids. Keine Bonbons. Nicht genug. Oh mein Gott. We did it, Alter. We finally did it. Nach 25,5 Stunden. Zwölf Minuten bei Beginn des Streams. Oh mein Gott. We did it, Alter. Noch vor der 2000. Let's fucking go. Mo mit 10.000 Bits als Belohnung. Let's go. Danke dir, Mann. Das habe ich mir öhren nach der Qual hier. Boah, we got im Chat. Ich fasse es nicht, dass wir ihn haben. Ich fasse es nicht, dass wir ihn haben. Nach zwölf Minuten, ey. Ich hätte schwankern können. Save 5000, 6000, bis er kommt. Ey, ich war ruhig geblieben. Ich war ruhig. Ich war chillig. Ich habe es doch gekollt, dass ich ruhig und chillig bleibe. Was willst du? Gespeichert. Er ist da. Er ist da. Shiny Gloomander. Ich habe ihn. Was für 5k Eier. Aber es hat tatsächlich wie viele Eier gebraucht. 1811. Bei Nummer 1811 kam ein Shiny Gloomander. Ach, 1806 stimmt. Ne, der Counter stimmt ja nicht. Ich habe ja... Stimmt 1806, nicht 1811. Ich drücke den Counter ja immer früher schon. Oh, die Ladung durch ist. 1806 ist richtig. Imagine jetzt noch ein Shiny Gloomander. Dann raste ich aus. Was machst du? Jetzt mach den ein oder anderen Raid. Ich brauche XL Bonbons, um den zu pümpen. Da machen wir den noch kurz voll. Weil ich bin Shiny Gloomander. Der bin ich. Also chillig auch, dass einfach alle Werte bei dem sensationell waren. Ist es bei den anderen auch? Nee, ist es nicht. Hä? Chat, wie unwahrscheinlich... Wait, ist das normal? Wenn der Shiny ist, dass seine Werte auch einfach alle sensationell sind? Bro, wie... Hä? Hä? Guck mal, hier alle anderen Gloomanders. Die sind immer so. So fünf Stück sind in der Regel sensationell und eins ist wack. Oder nicht so gut. Aber bei ihm, genau beim Shiny auch noch, sind alle Werte sensationell. Alle. Ist Lack. Ja, das ist geisteskrank, Lack, ne? Das kann passieren, aber irgendwas haben die gesagt, die Leute mit zwei Prozent Chance oder so. Ein Prozent oder weniger. Guck mal, diese keiner... Und auch keiner, wo ich davor gesammelt habe, wo ich geschaut habe, hatte sensationelle Werte. Also komplett sensationelle Werte. Der hat einfach alles sensationell. Giger Luck. Ja, chillig. Übel chillig, Alter. Einmal ein paar Raids kicken, oder? So, wir sind durch. Wir sind durch. Moin. Moin. Endlich mal wieder mein Team im Team haben. Wisst ihr was? Mein Kummer. Einfach mein Team ist wieder in meinem Team. Das ist übel geil. Das ist übel geil. Mein Team ist wieder da. Oh, ist das geil. Das ist, das ist, das ist auch einfach geil. So, wir haben hier noch... Du, Mann, da. Montecabo ist meine Brutmaschine und das sind die gecheateten Pokémon. Also nicht von mir gecheatet, aber per Zaubertausch. Ich werde hier, ich werde eine ganze Box damit voll machen. Mit... Mal gucken, was ich für Overpowered... Die lasse ich gar nicht frei. Die tausche ich. Die tausche ich jetzt per Zaubertausch. Oh, ist das... Oh, ist das befreiend! Wir können wieder anderes zocken. Wir zocken heute Mario Kart. Wir zocken, Chat, wir zocken heute Mario Kart einfach mal ein bisschen. Ein bisschen wetten. Let's go! Andere Spiele spielen! Ich... Was habe ich am Anfang des Streams gesagt? Hey, ich habe voll Bock Mario Kart zu zocken. Ich habe voll Bock Sachen zu machen. Aber irgendwas ist in meinem Hinterkopf. Irgendwas nagt an mir. Ich muss weitermachen. Und jetzt hab ich's! Und jetzt hab ich's!